Boom! It's done! Ihr seht jetzt oben rechts, oben links und unten links, meiner Meinung nach, die besten Trailer, die es derzeit für Assassin's Creed 3 gibt, eingeblendet. Ich konnte sie leider nicht in dem Video voll zeigen, da YouTube wieder irgendwas dagegen hat. Also habe ich das so gemacht, in der Hoffnung, dass es nicht gesperrt wird. Und unten rechts seht ihr natürlich das letzte Infovideo von unserem Kanal. Die Trailer werden im Laufe des Videos natürlich auch noch verlinkt, damit ihr sie auch richtig mal anschauen könnt. Also, mit Assassin's Creed 3 kommt am 31. Oktober das fünfte Spiel der Assassin's Creed 3 von Ubisoft raus. Es spielt in der Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges und liegt somit ein paar Jährchen hinter dem letzten Teil der Reihe. Und ich habe auch schon andere als Assassin's Creed Teile gespielt, könntest ihr auch Let's Play, nur ich glaube nicht, dass ich das jetzt noch einer angucken würde. Ich finde auch, dass Assassin's Creed 3 eignet sich am besten für ein Let's Play, da die Geschichte sozusagen neu beginnt. Also, die letzten drei Teile hingen ja irgendwie zusammen. Ihr wisst schon, was ich meine. Im Übrigen weiß ich noch nicht, ob ich das Let's Play schon am 31. Oktober anfange oder erst 20 Tage später, da ich da ja eh gebrustet habe. Yeah! Oh mein Gott! Die Videos sind weg! Hab keine Angst! Denn am Ende des Videos tauchen sie nochmal auf und da sind sie auch zu den eigentlichen Trailern verlinkt, die ihr euch dann in voller Länge und sogar mit Ton angucken könnt, wie ich das schon mal gesagt hatte. Ja, was kann man jetzt noch sagen? Also in der Zwischenzeit, bis Assassin's Creed 3 rauskommt, könnt ihr, wenn ihr wollt, uns schon mal abonnieren und schaut doch auch gleich mal auf unserem Kanal vorbei. Da warten nämlich sehr, sehr gute Let's Plays auf euch, wie zum Beispiel Dead Space 2, was wirklich sehr empfehlenswert ist. Es ist ein geiles Spiel. Es wird geil Let's Played. Und ja, es ist wirklich empfehlenswert. Schaut doch mal vorbei. Dann haben wir noch GTA 4, Minecraft Binary Domain, was noch sehr unbekannt ist, aber das finde ich schade, weil es ist ein sehr geiles Spiel. Und noch viele andere Spiele, die Let's Played werden oder Let's Played wurden, warten auf euch. Viel Spaß noch bei den Trailern. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage Wiederschauen und Reingehauen, euer Klaber. Und jetzt kommen nochmal, wie versprochen, die Videos, die zu den Trailern verlinkt sind. Bis dann! Und jetzt kommen, wie versprochen, das ist ein bisschen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020